So, dann hoffe ich mal, dass das so hält. Der Alex will zwar bestimmt eine Höhensicherung haben, aber das geht ja auch so. Er will, du bist scheinbar auf dem Kopf. Das kann ich aber auch. Einen Moment. Siehst du, da habe ich jetzt die gleiche Sicht wie du auch. Willst du etwa auch das Deckengemälde vom Petersdom restaurieren? Das kann ich besser auf dem Kopf machen. Da benötige ich wenigstens kein Gerüst. Nein, eigentlich wollte ich dir nur Auge in Auge dich sehen. Ach, du wolltest mich mal gerne nach grauem Starr untersuchen. Kannst du gerne machen. Dann spare ich mir den Weg zum Augenarzt. Ja, genau. Das sparst du dir dadurch. Nein, eigentlich wollte ich mit dir sprechen, ob du in einer neuen Serie mit Menschen über den Kopf mitspielen willst. Eine Erfolgsserie hatte ja am Montag die letzte Folge. Da kann man also was nachliefern. Nein, für so ein Quatsch ist meine Lebenszeit viel zu schade. Da restauriere ich lieber alles Mögliche in der Welt. Die hängenden Gärten vom Babylon mache ich auch noch fertig. Die hängenden Gärten gibt es aber schon lange nicht mehr. Da brauchst du also nichts zu machen. Ach ja, das ist ja schon ein paar Tage her. Naja, kein Problem. Dann erstelle ich eben einen neuen Garten. Das mache ich direkt nach der Restauration des Deckengemäldes. Kannst du gerne machen. Warum seid ihr eigentlich auf dem Kopf? Habt ihr zu viele Fledermäuse gegessen? Erwin wollte Arbeiten an der Decke machen. Und hat sich da einfach dahin gebiemt. Deswegen ist er jetzt auf dem Kopf. Dahin gebiemt? Das kann ich doch gar nicht. Das kannst du doch nur. Ich habe unter mir so einen Spezialkleber. Der hält mich hier oben fest. Genau, du bist ja gar nicht übernatürlich. Das vergesse ich immer. Mir scheint es auch immer, dass du übernatürlich bist, Erwin. Was du in deinem Alter noch so schaffst. Ah, die Jugend wieder. Jetzt bin ich verbraucht. Früher war ich fit und vital in eurem Alter. Da habe ich alles schnell gemacht. Da habe ich ein Haus in einem halben Tag gebaut. Jetzt brauche ich da schon zwei Tage für. Ich lasse halt auch nach. Naja, ist auf jeden Fall auch gut. Ich bräuchte dafür länger. Und ich werde jetzt erstmal den Alex und den Timo über meinen Serienvorhaben berichten. Oh, ich bin fast so weit, einen neuen Rekord in meinem Handyspiel hier aufzustellen. Dann bin ich der beste Spieler in der U6-Altersklasse in dieser Stadt. Alex, du kannst das Handyspiel wegpacken. Ich benötige dich für wichtigere Sachen. Hast du Lust, in einer Serie mitzuspielen, nachdem eine andere Serie ausgelaufen ist? Was hast du denn da für eine Serie vor? Hm, habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht. Hm, was wäre denn mit einer Horrorserie mit Geistern? Oh nee, bei den Geistern, da grusel ich mich ja direkt, wenn die hier sind. Und die Geister werden auch im Nachhinein eingefühlt. Puh, dann bin ich ja schon mal beruhigt. Ich hatte schon Angst, die Geister würden hier herumspuken. Dafür habe ich ein paar Zombies aus dem Altersheim eingeladen. Und gruselig finde ich das aber auch. Vor allem gibt es doch bereits so eine Serie. Ich würde ja direkt mit einsteigen. Sergio, das hört sich schon mal gut an. Wir können jeden Schauspieler gebrauchen. Du kannst gerne einen Ober-Zombie spielen. Eigentlich ist der Produzentenjob immer was für mich. Da braucht man ja immer so viel Geld. Und da wird ja immer sehr viel Geld benötigt. Ja, da hat der Sergio recht. Geld braucht man bei solchen Produktionen immer sehr viel. Ja, da kann man ja drüber nachdenken. Ich müsste aber noch ein bisschen Geld vom letzten Bankraub übrig haben. Oh nee, Zombies sind überhaupt nichts für mich. Da gehe ich da lieber. Da kommt ja der Timo. Wow, Timo. Du bist ja direkt in der Rolle. Dich nehme ich direkt zum Set mit. Eigentlich suche ich nur mein Kissen. Ich bin dann auch direkt wieder weg. Eine Sache noch von mir. Die komplexe Serie umfasst mehrere Charaktere und thematisiert Politik, Religion und Gesellschaften. Ebenso weisen zahlreiche Charaktere differenzierte moralische Schattierungen auf. Die erste Folge wurde am 2. November 2011 in Deutschland veröffentlicht. Die letzte Folge kam am 20. Mai 2019 im Fernsehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.